Hi YouTube, was geht ab? Wir machen heute was ganz Verrücktes und zwar lachen gleich Soilchip. Viel Spaß mit dem Ganzen. Ich werde immer pro Lacher ein Stück vom Soilchip essen. Ich hab gar keinen Bock drauf. Der ist sogar im Kotzen hier, Digga. Kann gar nicht sein. Manee! 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 Nicht so schön, nicht so schön. Nicht so schön, 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 Mannee! Boah, der war schon hart. Der war schon hart. Ich sag euch ehrlich, der war schon hart. Dieser Filter und dann auch noch mit Manee ist crazy. Oi amigo, não entendo sua língua. Eu sou brasileiro. Aqui é Cosbell, o baterio, mano. Einfach edes, Bruder. Ist das respektlos. Junge, spiel doch mal das Spiel und zeig uns ne Runde. Permabann. Wenn ein neues Supercell-Game rauskommt, chillen wir erstmal 7 Stunden im Job. Einsteigerbündel. Für 6 Euro, 5-facher Wert? Damit haben sie mich. Limitiert. Bro, das ist limitiert. Ich muss das kaufen, sonst ist das bald wieder weg. 5-facher Wert und limitiert. Ich wäre doof, wenn ich das nicht mache. Ey, dieser Typ, ne? Warum ist er mit dem Pipkin? Hast du gesehen, wo er small ist, wenn er mich in der Nähe ist? Verdammt, Daniel! Melissa, du dumme vercrackte Teenie-Slampe. Du gibst morgen meine Schuhe wieder zurück, was ich dir gekauft habe, für 140 Euro die Nikes. Ich habe dir die Schuhe gekauft, damit du mir dein Loch gibst. Ich habe weder ein Loch gesehen, weder irgendwas. Du fickst mit Thomas oder mit irgendwelchen Asylanten. Und dann kommst du mir, du morgen meine Schuhe bringen. Hier, schau, schau, hier. Ah, hier, Schuhe, hier. Melissa, du morgen meine Schuhe lau. Also meine Mama kommt aus Spanien und mein Papa ist Deutscher. Spanien, Bella Italia. Ja, fast. Bella Italia ist crazy. Wow, da made your monogram is in mein Bett. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ich brauchst einen Tee. Ey, warte, ich ruf jetzt Pat an. Ich versuche das irgendwie zu klären, ob ich einen Tee bekomme. Ich will ein T-Shirt machen. Hier ist wirklich geschwitzt. Das ist so crazy. Oder der Arme, dass er ein Jahr lang dafür gerostet wird, dass er weghauen wird. Ist krank. Ernst. Ein Sample, neues Kurier-Sample. Ja. Schistel, bro. Schistel. Schistel, bro. What? Oh my God. Schistel. Ronaldo. Heute gehört. Ronaldo, dame. 與 you Ronaldo. Ehh, Ronaldo. Oh my God, Ronaldo. I love you Ronaldo. Thank you Ronaldo. oder warum kann er diesen verdammten text ehrlich na das crazy na das ekelhaft einfach digga mit dem vanille sky das kusch ballert böse schatz in oji lemon wigs immer high konnichiwa i like watermelon bing bing ciao bing bing dinge ciao let me order everything from the kfc men bing bing dinge dao bing bing dinge chill no no you can't because you did this hey bruder das ist crazy guck's euch an chat war alter schmeckt ganz komisch man kriegt das gar nicht runtergeschluckt das ist richtig man muss es runter spüren man kriegt man du kriegst diese hemmung nicht dass du es runter schlucken kannst war junge was ist das extra chromosome extra chromosome ich bin gerade mit meinem kopf ganz woanders ich versuche mich einfach im kopf abzulenken von dem was gerade was ich gerade gesehen habe weil ich wirklich keinen bock mehr habe ein stück von diesem soy chip zu essen das ist bis jetzt von diesen ganzen nicht also lachen gleich sachen das ekelhafteste also ehrlich und diese scharfen bonbons damals das war auch schlimm oh mein gott wie süß darf ich den kleinen mal streicheln ja klar junge zieh mal die hose wieder hoch willst du den kleinen streicheln ekelger ich will nicht geben mein handy nimmst du mein handy bist du jetzt fertig warum machst du so bist du jetzt fertig warum 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 hey schaust du mich ich fahre nur auto ich verkaufe nicht kokain willst du Kinder heiraten Kinder heiraten oh mein god ich k Man, come on now Sieht ein bisschen aus wie du Tatschauer, gib was an meinen Zahn Hector, eure Mütter sind Hector Ah, Digga Kein Bok, verdammte Faggert Kein Bok, alleine waschen, alleine Nah, stop Oh Nah, stop Ich komm mal getrapp auf, flink deine Masse Als ich diesen Manikin-Pränk mache, Diese randome Frau kam zu mir und fragte mich Kannst du ein Video machen? Und ich bin unterwegs und du mich schraubst? Ja, ich verstehe Okay Ich bin blass Frisch, die sind schön Ich hab nicht gelacht, Jess Jetzt machen wir es Bruder, das ist nicht mein Chip Wechsel Checkst du, wie ich mein? Bruder, ich schwör manchmal Das zieht einfach so, wegen diesem Salz Boah, Digga Aber Hotchip ist zehnmal schlimmer, find ich Ey, Bruder, ihr seht respektlos Ich seh das doch schon hier recht Boah, stark, Digga Kalka Kalka Hast du solche TikToks auch schon bekommen, bevor ich hier war? Nein Ey, du bist verrückt Was ist das? Was ist das? Was ist das? Gut dabei Ah, super, super Nehmen sie einfach Du darfst auf jeden Fall noch in Deutschland bleiben Darf ich? Was? Aber ich hab doch schon deutsche Staatsbürger Wie hast du das gemacht? Äh, Paus geklaut Ja, ich hab den deutschen Politiker auseinandergenommen Verstehen Sie mich mal? Ja, aber lassen Sie es sich schmecken Oder was ist das? TikToks Rassistenedition? Ja, komm Er hat mich dann halt mit der Hand fest an den Hals gedrückt Einfach gegen diesen Baum, der da stand Und meine Freundin, sie dort dann halt von dem anderen Typen so festgehalten und Und Another day, another victory for the OG Taken down the sweats The impostos among us Ey 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 Das ist Tov, sie haben dich verletzt für Leben, mein boi. Was ist das mit dir? Ey, yo! Ja, ich bin mein Name, 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 ich bin mein Name. Warum ist er eine Banane? Er ist einmal aus dem Zimmer rausgeraht, weil er sich nicht zusammenreißen kann. Warum ist er eine Banane? Kann sein, ich hab das solche Brenner raus. Boah, aus Versehen ein bisschen. Bruder, leer! Weg! Chill, chill, chill! Das ist nicht Valorant, Bruder. Bruder, das ist... Warte mal, das ist Fortnite! Ey, das ist verrückt. Und jetzt, guck aus meiner rechten Hand, gleich, konzentrier dich. Wir gleich, konzentrier dich, lass dich nicht ablenken von deiner Umgebung. Ich brauch deine komplette gute Laune gerade. Denk an was Schönes, denk an mein Pimmel einfach, an was ganz Schönes. Und jetzt, gleich kommt diese gute Laune. Boom, sie ist bei dir! Und? Wunderbar, das Leben ist wundjös! Das Leben ist in deiner Umgebung. In deiner Umgebung. Was? Einfach Wörter erfinden. Einfach Salz, richtig ekelhaft. Bruder, klingt eke, wenn ich dran nachdenke, ne? Wegen diesem Geschmack. Ja, der tankt den crazy, ehrlich. Der Teufel testet mich. Bruder, das ist... Bruder, das ist krass. Das ist maximal 1.1.1. Das ist krass. Ey, das ist das letzte Stück vom Toy Trip, danach war es das. Wo ist Wasser hier? Ey! 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 Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da und schreibt mal in die Kommentare rein. Schreibt mal allgemein irgendwas in die Kommentare rein, weil sonst sehe ich nur Sexbots, die schreiben, ey, klick auf mein Profil. Deswegen schreibt irgendwas in die Kommentare. Am besten sogar eine Bestrafung für das nächste Video. Lasst euch da was einfallen, was cool wäre. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wir sehen uns im nächsten Video.